Yo, Freunde! Oh, ähm, falsches Intro. Tschüss. Wenn du versuchst, Jan Meiers Lachen nachzumachen. Herzlich willkommen auf dem besten Kanal auf YouTube. Freunde, Freunde, Freunde. Westlich von Deutschland gibt Frankreich. Ein typisches frankreichisches, frankreichisches. Jengis hat einfach mal die Scheibe vom Nachbarn eingeschlagen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat und ihr lachen musst, dann gebt mir doch mal einen fetten Dön nach oben. Yo, Freunde. Hier ist gerade mega die Untergangsstimmung. Wenn du in eine Reißzwecke trittst. Also, au, au. Oh, ich bin gerade in eine Reißzwecke getreten. Au, ich glaube, mein Fuß blutet. Wenn du deinen Hund fragst, ob er dich verarschen will. Are you kidding me? Are you kidding me? Wenn du einfach nicht weißt, wie du Jengis von Apecrime nachmachen sollst. Yo, Freunde. Yo, Freunde. Freunde, was geht ab euch? Freunde, was? Freunde. Yo, Freunde. Wenn du dir vorkommst, wie bei Familien im Brennpunkt. Ey, hör auf, irgendwas anzubrennen. Was ist das? Das ist ein Stück. Ja, die brennen eh nicht. Du brauchst gar nicht erst versuchen. Hör auf. Nein. Es wird kein Stein angebrannt. Halt die Klappe jetzt. Yo, Freunde. Ich habe es gerade gesehen. Mega die Untergangsstimmung hier. Yo. Yo. Wenn wir einmal jetzt die Tür aufmachen, können wir auch eigentlich gleich eine Runde bollengehen. Yo. Wenn ihr deine Haare permanent an den Lippen kleben bleiben. Wenn euch irgendeine Nachmache von dem YouTuber, die diesem Video gut gefallen hat, könnt ihr dieses Video vielleicht ja mal an die Person tweeten. Du brauchst eine halbe Stunde für zwei Seiten. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. An die Palette. Yo, Freunde. Also würde ich sagen, viel Spaß. Und bevor das Video jetzt anfängt, möchte ich nur noch mal... Yo, Freunde. Wir gehen jetzt einfach mal auf dahin, weil dem, was da so abgeht. Yo. Woo. Du kannst es nicht in jeden Typ ausfragen. Doch. Lasst uns mal. Lasst uns mal. Lasst uns mal ein paar YouTuber nachmachen. Und ich würde sagen, los geht's. Wenn du realisierst, dass Pullover anziehen und Perücke auf den Kopf behalten keine gute Kombination ist. Das funktioniert nicht. Wartet mal, Leute. Wartet mal, Leute. Wartet mal, Leute. Herzlich willkommen auf dem besten Kanal auf YouTube. Hallo, hallo. Hallo, ich tess gerade den Ton. Hallon. Wenn du zu einem unpassenden Zeitpunkt lachst. Alter, es ist gerade so was Heftiges passiert. Auf jeden Fall, Leute. Eigentlich ist es gar nicht lustig. Leute, ich hab gerade einen Haar im Mund. Ich will nicht mehr. Das ist eine Scheiß-Challenge. Und es ist alles nur Spaß. Also würde ich sagen, lasst uns mal ein paar YouTuber losmachen. Losmachen. Okay, Leute. Ich hab einen Haar im Mund. Wenn du versuchst, Melinas Lache zu imitieren. Hehehe. Ja. Ich werde diese faule Mandarine jetzt an Shirin's Kopf werfen. Denn die ist gerade mega darin vertief, ihr Video zu schneiden. Wenn du dein Ziel um Längen verfehlst. Scheiße, ich hab gar nicht getroffen. Hey, ich wollte dich eigentlich kurz 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 kurz. Pferde werden mit den Welten. Pferde werden mit den Wilden Westen assoziiert. Wenn du dein verdientes Geld haben willst. Ähm, das Geld bitte. Hallo. Hallo. Beziehungsweise war das Cengiz, der einfach mal genau auf die Zeibel geschielt hat. Auf die Zeibel geschielt. Wartet mal, Leute. Grün. Wartet mal, Leute. Grün. Wartet mal Leute. Wenn ihr meine Videos, wenn ihr meine Videos, wenn ihr meine Videos... Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr meine Videos... Was nimmst du für ne Scheiße aus? Rot ist die Komplimentärfarbe von Grün. Grün ist das Hauptnahrungsmittel eines Pferdes. Nein. Kein Pferd ist grün. Das brennt voll auf die Lippen. Miranda Sings ist scheiße und die ganzen Haare kleben in der Lippe. In der Lippe, natürlich. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr meine Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen... Sehen wir uns mal... Wieder.